Ich bin Hương, ich komme aus Vietnam. Momentan studiere ich Marketing und Technische BWL an der HRW Hamburg. Deutschland ist sowieso ein tolles Land für mich. Ich glaube es liegt daran, dass man hier weniger bezahlen muss, als wenn man in den USA oder in Kanada studieren möchte. Als Kind habe ich ganz viel mit Musik und Tanzen gearbeitet und ich möchte in der Zukunft noch in meiner Arbeit immer noch diese Fähigkeiten einsetzen. Deswegen möchte ich in der Zukunft Event-Marketing machen. E-Commerce. Dort mache ich ganz viel Praxisarbeit. Wir haben eine Frage von dem Unternehmen gekriegt. Ein Konzept, eine neue Idee, sodass wir diese Frage lösen können. Das ist super cool, dass ich weiß, dass meine Ideen in der Wirklichkeit eingesetzt werden können. Bisher würde ich sagen, dass mein Studium ganz gut läuft. Meine Professoren und Kommilitonen haben mir dabei ganz viel geholfen. Hamburg ist sowieso eine schöne Stadt für vietnamesische Studenten. Hier gibt es die fast größte Studentenverein von Vietnamesen in Deutschland. Jedes Mal, wenn ich Heimweh habe, die vietnamesischen Freunden finden und mit ihnen alles teilen. Das ist ganz cool hier zu studieren. Vielen Dank. Vielen Dank.